Yo, willkommen meine Freunde zur elften Folge unseres Let's Plays und wir befinden uns in unserer Lieblingshöhle. Wo wir in der letzten Folge leider zweimal es gefehlt haben. Wir müssen hier ganz viele Feinde erledigen. Und wir fangen direkt an, Freunde. Wir müssen hier erstmal... Was? Ich wurde entdeckt von irgendwas? Wie? Komm, wir müssen erstmal die hier ablenken. Okay, ich hab den Falken erledigt. Ich hab den Falken erledigt, ohne dass mich einer gesehen hat. Das ist gut. Erledigen wir den Kerl. Gehen hier nach oben. Erledigen wir sie, bitte. Sieht mich keiner. Was? Ich wurde fast entdeckt. Wieso ist es auf einmal... ...so schwierig? Ich muss von oben. Ich muss von oben. Komm. Der Löwe hatte fast 100 Arbeiter getötet. Ja. Den hätten wir auch. Nicht der hoch? Den können wir auch uns packen. Die dürfen nicht ihre Kollegen entdecken. Oder lang nehmen der Todesstoß. Und dieses Gefühl kurz... Kann ich sie auch bekommen? Ich kenne es. Komm, locken wir sie mal hier hin. Hä? Die hat... Die hat nichts bemerkt. Schade, Mann. Gut, dass der Falker weg ist. Ist er sicher? Auch Gefahr. Achso. Die sind hier zu zweit. Ja, geht dorthin. Immer noch Gefahr, weil der Kerl uns hier sieht. Ich muss hier abhauen. Ich kann denn unsere neuen Teile hier aufspannen. Ja, das darf ich nicht vergessen. Wieso steht hier Gefahr? Jetzt ist er sicher. Ja, ganz ruhig, Freunde. Den können wir uns auch packen. Komm schon, das läuft ganz gut. Oh, kein Signal mehr sagen die. Die haben es gemerkt, dass die... Dass ihre Kameraden sich nicht mehr melden. So viele gibt es da nicht mehr. So. Gehen wir wieder hoch? Was? Fast entdeckt worden. Die machen jetzt mal hier so ein Netz. Jetzt müssen wir die irgendwie ablenken. Wie sieht sie nach? Wo sieht sie nach? Wo will sie nachsehen? Bro, hier sind zu viele auf einem Fleck. Hallo? Ja, geht dorthin. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas, wo ich eine Ablenkung machen kann? Au. Jo, sie hat doch fast ihre Kameraden gesehen. Oh, ich glaube, ich wurde entdeckt. Ich glaube, ich wurde entdeckt. Ja, und die haben Verstärkung gebracht. Aber wir haben schon ganz schön viele geholt. Das ist gut. Erstmal auf den Kerl. Hallo? Ja. Komm. Den hätten wir. Ich glaube, da hinten sind Leute mit einem Raketenwerfer. Den muss ich erstmal holen. Gut. Richtig gefährlich. Jetzt noch den hier. Komm, komm. Er hat überlebt. Was? Komm, komm, komm an die Wand. Finisher benutzen. Obwohl das nur ein Normalo ist. Ich hab pariert. Perfekt. In der Luft sind immer welche. Guck mal, jetzt können wir... Haben ihn eingespinnt? Ja, haben wir. Wo ist der Kerl? Schnell auf. Das ist gefährliches Giftgas. Das sieht sehr, sehr gut aus, Freunde. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wünscht mir Glück. Komm. Die ist alleine. Doch nicht. Bro, was mach ich gerade? Das ist gerade so ein Fail von mir. Werfen wir mal das hier auf die drauf. Ja, ihr geht unter. Auf den Kerl. Ausgewichen. Finisher. Wie viele gibt es noch? Wie viele gibt es noch? Das war der letzte. Perfekt. Endlich, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Okay, Craven. Wonach suchst du? Moment. Yo, Black Hat. Oh, oh. Spinnensinne haben ihn... gewarnt. Mit dem Benehmen gewinnst du keine Hundeschau. Was ist das für ein Hund, Mann? Puma-Roboter. Bro. Spinnene gegen... Hund? Mehrere. Bro. Okay. Wünscht uns Glück, Freunde. Die Zähne haben es in sich. Hauen wir ihn erstmal einfach mal. Benutzen wir mal den hier in die Luft mit Dingen. Der ist erledigt. Und? Der reicht einfach aus, während ich ihn ein Combo gebe. Was hat er aktiviert? Was? Wow. Ich kann meine Fähigkeiten nicht mehr benutzen. Was hat er gemacht? Bro. Nein, nein, nein. Das ist gefährlich. Hat er nicht gemacht. Er hat mich besiegt, Freunde. Ich mach's grad so schlecht. Ey, die machen auch so viel Schaden, ne? Ey, die... Die machen so viel Schaden. Ist nicht wahr, wie? Wie konnte mir das passieren? Ich... Ich darf mich nicht nochmal blamieren. Nicht nach der... Letzten Folge. Das ging so schnell. Ich glaub, ich sollte die einfach in die Luft werfen. Da können die wenig machen. Da sind sie getrennt. Und der hat mich einfach geblieben. Combo. Und das... Was? Was machen die da? Die machen so viel Schaden. Ich darf... Nicht nur zweimal von denen getroffen werden. Wieder besiegt. Was? Ey, Freunde, die sind so stark. Die sind richtig stark. Hä, was mach ich da? Ich glaube, ich sollte auch mal ein paar Dinge upgraden. Man kann ja Schaden und so weiter upgraden. Guckt euch das an. Was geschieht hier, Mann? Was geschieht hier? Es darf nicht so weitergehen. Der ist besiegt. Ich bin die erst mal... Hä? Ich spinne die ein? Trotzdem greifen die mich an. Endlich! Ich hab mich schon gefragt, wann der Tierschutz aufkreuzt. Oh Mann, jetzt sind auch noch normale Gegner da? Freunde, die machen es uns nicht leicht. Ey, Freunde, das ist so peinlich, ne? Das ist so peinlich. Was mach ich da? Ich werd die ganze Zeit besiegt. Oh nein. Ey, Freunde, nein. Ist nicht wahr. Ey, verzeiht mir. Ich sollte mal ein paar Upgrades machen. Kann ich das während... Währenddessen machen? Fertigkeiten. Ich hab wirklich viele Punkte, glaube ich. Oh nein, Mann. Wo ist denn das, wo ich mehr Schaden und so bekomme? Geht noch weiter weg. Oh nein. Ach, egal, Freunde. Ich muss es jetzt irgendwie schaffen. Ich muss es irgendwie schaffen. Was? Ich kann die auf die draufwerfen? Endlich. Ich hab mich schon gefragt, wann der Tierschutz aufkreuzt. Ach so, okay. Deswegen hatte ich Probleme. Man kann, wenn man den einen besiegt, auf den anderen werfen. Und direkt hat man zwei besiegt. Jetzt haben wir alle. Okay, perfekt, Freunde. Oh nein. Ich wollte heute nicht einmal besiegt werden. Schon so oft. Aber jetzt nicht mehr, okay? Jetzt nicht mehr. Vielleicht kann er helfen. Ganz bestimmt will er Craven helfen. Oh, da ist noch einer. Da sind sehr viele. Noch ein Hundi. Okay. Oh nein, das sind ganz viele. Es wäre für alle viel einfacher. Wenn mich mal jemand aufklärt. Craven jagt die größte Angst des Menschen. Mehr musst du nicht wissen. Er jagt die größte Angst des Menschen. Intimität. Clowns. Es sind Clowns, oder? Clowns. 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 Oh Mann, ey, ey, ey. Wie kann ich denn das wechseln? Da unten recht. Ich verstehe das nicht. Ach, egal. Guck. Schieben wir den. Was macht dieser Hund da? Der verhindert meine Fähigkeiten. Okay, nur noch er, glaube ich. Spielt hier den Supporter. Okay, machen wir einfach den Finisher. Riskieren wir nichts. Endlich, Freunde. Oh Mann. Das war schwer. Ich muss unbedingt Upgrades machen. Was ist das? Irgendwas ist ausgebrochen. Ja, ja, ja. Ist Craven etwa in unserer Nähe? Was erwartet uns jetzt? Ja, was ist das? Ist das Skorpion, der ausgebrochen ist? Oder Sandman? Skorpion, okay. Macht Sinn. Wow. Craven wurde getroffen. Ob ihn das was ausmacht? Scheint den nicht zu jucken. Ja, und jetzt nimmt er ihn auseinander. Es hieß, du wärst ein Killer. Stell dir meine Enttäuschung vor. Ja, wird er ihn killen? Niemals. Oder hat er ihn jetzt wirklich gekillt? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber sieht ganz danach aus, Freunde. Er will nicht mit Superschurken auf die Jagd gehen. Sie sind die Beute. Felicia. Er will die also wirklich erledigen, alle. Und Black Cat ist so eine gute Freundin von Spider-Man. Da will er natürlich nicht, dass ihr was passiert. Er hat immer noch nur einen Satz. Weil er sich immer nur mit diesen Sachen beschäftigt. Wo bist du? Bist du bereit? Wofür? Ernsthaft? Mein Date ist gleich hier und du surfst im Web? Niemand sagt heutzutage noch im Web surfen. Würdest du dich bitte umziehen? Okay, okay. Du trägst deinen guten Lippenstift. Du musst ihn wirklich mögen, hä? Jo, er muss los. Tut mir leid. Nächstes Mal bin ich wirklich. Hab dich lieb. Es ist ein Notfall. Er muss zu Peter. Jo, jo, jo. Wer wohl... Wer wohl der Mann ist, den sie trifft? Am Ende Craven. Ein Spaß. Und sie sieht, warum... er die ganze Zeit... so... bedrückt ist. Jetzt scheinen wir wieder Miles zu sein, Freunde. Die müssen ganz schnell zu Peter. Und... aber leider... Hey. Ich hab eine Basis von diesen Safari-Piraten gefunden. Gib uns die Zeitwissen weg. Und ich weiß, wie ihr Chef heißt. Craven, er. Scorpion umgebracht. Er hat noch eine ganze Liste Superschurken. Warte, was? Wie heißt das? Ich weiß nicht. Es ist eine lange Liste. Und diesen Leuten muss Marco uns gewarnt haben. Sie haben Sandman gejagt. Unglaublich. Und Felicia steht auch auf der Liste. Black Hat? Deine Ex? Genau. Sie wird meine Warnung in den Wind schlagen. Aber vielleicht hört sie auf jemanden, der unbelastet ist. Wenn MJ dir ein paar Adressen mitteilt. Könntest du dich dann darum kümmern? Mitgemacht! Danke, Mann. Ich brauch einen klaren Kopf. Mal melde dich. Okay, er hat erfahren, dass sogar Scorpion Wir werden Lee finden, Miles. Erledigt wurde. Dauert wohl noch, bis MJ anruft. Mal schauen, was draußen abgeht. Ja, dann müssen wir uns hier um ein paar Kleinigkeiten kümmern. Besuche die Brooklyn Visions Academy Club Messe. Da müssen wir hin. Aber hier gibt es noch so ein Foto-Teil. Freunde, bitte verzeiht mir, dass ich schon wieder so oft erledigt wurde. Ey, das ist nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich muss halt ein bisschen mehr Upgrades machen. In dem Spiel kann man mehr Dinge upgraden als in den vorherigen. Man kann Schaden und sowas erhöhen. Und jetzt dieses Radio. Ich weiß nicht, ob das manchmal wichtig ist, was sie sagt. Aber jetzt müssen wir hier ein Foto machen. Komm. Warte mal. Wie mache ich noch mein Foto? Hä? Okay, ein Foto für Peters Wettbewerb. Wow, und hier scheint ein Verbrechen zu sein. Oh Mann, Freunde. Ey, es tut mir so leid, dadurch, dass ich so oft besiegt wurde. Verlieren wir so viel Zeit. Bei Robotern muss ich mich immerhin nicht zurückhalten. Das sind wieder Cravens Leute, okay. Roboter. Guckt euch an, wie cool man hier so rumschwingen kann. Erledigen wir die einfach mal. So, der ist erledigt. Der auch. Der auch. Gehen wir mal unsichtbar. Die können uns jetzt nicht mehr sehen. Doch. Die können auch solche Scans. Unsichtbarkeit bringt da nichts gegen die. Ey, nicht, dass wir jetzt nochmal erledigt werden. Das wär's. Das wär's. Die machen wirklich extrem viel Schaden. Guckt euch das an. Ein Treffer. Ein Treffer. Und man verliert schon 33 Leben. Man hat doch nur 100 ungefähr. Guckt euch das an. Ich bin gleich besiegt. Bro, das ist doch nicht wahr. Wieso sind die so stark? Bitte. Ey, Freunde. Das macht doch keinen Sinn. Die sind viel zu stark. Die sind viel zu stark. Einfach. Nein, nein, nein. Drei Treffer. Ich bin erledigt. Nun, durch drei Treffer. Und ich kann halt keine Fähigkeiten aktivieren. Ey, Freunde. Heute ist ja einfach noch schlimmer als gestern. Es ist nicht wahr. Freunde. Hier für den Schluss werden wir noch ein paar Upgrades einfach machen. Guckt mal, wir haben neun Dinger hier. Aber wo ist jetzt nochmal das, wo wir diese einzelnen Stats erhöhen können? Wo ist das nochmal? Anzugtechnologie. Hier. Hier. Das ist es. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall, Freunde. Das brauchen wir auf jeden Fall. Gesundheit. Können wir uns nicht holen. Aber Schaden? Können wir das uns so holen? Auch nicht. Was? Fokus. Fokus muss ich erhöhen. Ich habe auch nicht genug Technikteile dafür. Wir haben nicht so viele Technikteile. Ist nicht wahr. Netzschießer. Kann ich das hier upgraden? Das verbraucht sehr viele Technikteile, ne? Höhenflug. Freunde, ich verstehe nicht ganz, wie ich das benutzen kann. Hä? Ich verstehe es jetzt, Freunde. Ich habe... Guckt mal. Im vorherigen Spiel war es so. Man drückt R1. Unten rechts seht ihr das Menü. Oh Mann, jetzt redet MJ. Dann nehm ich mal kurz zu. Ich weiß, du bist mit deinem College-Aufsatz beschäftigt. Keine Sorge. Spider-Man-Action geht immer. Wir müssen wohl beide an unserer Work-Life-Balance arbeiten. Ich sitze an meiner Story über die Jäger. Könnte mir den Job retten. Aber ihr beide? Was mit Scorpion passiert ist? Die Sache mit Lee. Ich kann mich wegen ihm nicht konzentrieren. Lass dich nicht davon auffressen. Konzentrier dich auf die aktuelle Aufgabe. Hm. Die müssen also als Miles zu Black Cat. Nein, das liegt nicht am Stress. Okay, Freunde. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ob sie auf uns hören wird? Freunde, da müssen wir in der nächsten Folge hin. Miles trifft sich mit Black Cat, um sie zu warnen. Peter selber für ihn wäre es zu riskant. Freunde, verzeiht mir bitte. Ich weiß, ich sage so oft sorry und so. Aber ey, ich wurde so oft von ihm besiegt. Und ich sage euch einen Grund, warum ich mich so schwer getan hatte. R1 und R1 drückt. R1-3 kann man diese Rakete benutzen. R1-4-Eck kann man das andere benutzen. In den anderen Spielen war es anders. Man drückt irgendwie R1 an. Kann man sich mit dem linken Stick kann man das aussuchen. Ich dachte, das wäre auch so. Deswegen habe ich nicht einmal das benutzt. Daran liegt es. Guck. Das habe ich nicht benutzt. Die Teile würden einem so helfen. Oh man, nächstes Mal wird es besser. Okay, Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal wird dann mehr passieren, okay? Ich gebe mir Mühe. Sorry, Freunde. Okay, bis dann, okay? Bis dann, meine Freunde. 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 Untertitelung des ZDF, 2020